Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich habe Eileen Hübi hier und sie wird uns von The Exploration Company erzählen. Elon Musk hat viel, viel, viel zum Raumfahrt gebraucht und er wird auch viel in der Zukunft zum Raumfahrt bringen. Debris, ich glaube, wir werden eine Lösung gefunden haben. Also wir werden einem gereicht haben, auch eine Lösung gefunden haben, um Debris-Removals zu machen. Also ich hatte auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren das immer ein bisschen klein geredet wurde mit der Wiederverwendung. Ja, hat man das nicht erkannt oder hat man nur erzählt, dass es nicht wirklich funktioniert und gibt jetzt erst Gas? Ja, so erst, das ist kompliziert. Das ist sehr, sehr kompliziert, wenn wir gucken, wie Elon Musk das gemacht hat. Das hat, also ich muss noch mal gucken, genau wie viele Jahre, aber ich glaube, out of my memory, ist es möglicherweise sechs Jahre, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, von der Anfang von den Testen, ersten Testen bis zum wirklich dieses Landung, der erfolgreich war. So, das ist nicht so einfach, das ist sehr, sehr kompliziert von Computerperspektive. Das ist auch kompliziert mit dem Engine, also mit dem Antriebssystem. Man muss eine Engine, der throttling, mastern kann, also eine viable pressure of the engine. Und da hatten die Vereinigten Staaten schon ein bisschen, weil sie haben auf dem Mund gelandet. Das haben wir nicht in Europa, weil wir haben nicht auf dem Mund gelandet. Also wir haben, also wir starten wirklich von scratch. Aber okay, also wenn wir gucken auf die Roadmap von jetzt die europäischen Launcher, also wir haben schon mindestens drei Launcher in Europa, die dieses Visibility auf ihrer Roadmap haben. So, ich glaube, wir kommen da. Es ist nicht etwas, also es ist nicht ein Breakthrough, ein Science Breakthrough. Es ist nur sehr, 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 sehr gute Engineering Knowledge und auch viel, viel Test. Aber ich glaube, wir müssen auch ein bisschen Humidität haben. Wenn Elon Musk hat sechs, sieben Jahre gebraucht, das können wir das nicht einfach in zwei Jahren machen. Das ist einfach nicht möglich. Und er kommt auf schon ein Kenntnisniveau, der höher als uns war, wegen dieser Landung auf dem Mond von den Meere von den Vereinigten Staaten. Wir müssen in diese Richtung gehen. Das ist super, super klar, weil es ist einfach der Standart. Aber das wird nicht einfach und wir brauchen Jahre dafür. Einstellbare Triebwerke und Wiederstartfähigkeiten, das ist ja auch etwas, was ihr auf eurer Roadmap habt für im Prinzip ein Vehikel, was ja auf dem Mond landen können soll und aber auch im Prinzip Hops ausführen soll wahrscheinlich. Also im Prinzip, das wird als eine Fähigkeit, die ihr euch vorstellen könntet, genannt, dass ihr im Prinzip sagt, dass man mehrere Destinationen nach einer Landung noch anfliegen kann. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist korrekt. Wir werden auch diese Kapazität von der Threatable Engine haben für unser Mondlanding. Und ganz genau, weil wir diese Threatable Capability haben, also hoffentlich werden haben, dann wollen wir auch zum Beispiel einen Hoover auf dem Mond machen, weil das ist dann eine Last Mile Delivery mit viel Geschwindigkeit. Und das kann sehr nützlich sein für zum Beispiel die viel, viel, viel Turn, die zum Beispiel von Starship geliefert werden. All diese Turn muss sehr schnell in den richtigen Ort geliefert werden und dann können wir auch super hier frei sein. In Deutschland ist die Raumfahrtbegeisterung, glaube ich, nicht so hoch gestartet, wie sie in Frankreich. Ich habe das Gefühl, dass in Frankreich ein Raumfahrtbegeisterteres Volk bisher war schon als die Deutschen, was ich großartig finde und das wünsche ich mir auch für Deutschland. Mich würde interessieren, in Deutschland ist die Presse zu SpaceX oder die allgemeinen Nachrichten eher immer negativ. Und ist diese Presse auch in Frankreich eher negativ gegenüber SpaceX und Elon Musk? Ja, das ist eine Mischung. Aber ja, die Presse ist auch ein bisschen eher negativ. Also persönlich, Elon Musk hat viel, viel, viel zum Raumfahrt gebraucht und er wird auch viel in der Zukunft zum Raumfahrt bringen. Er ist eine Quelle von Inspiration. Wir können einverstanden und nicht einverstanden sein mit Dingen, das er macht, aber es ist ein Fakt, dass er unglaubliche, sehr gute Technologien entwickelt hat und auch diese erste Reise von Erde zum Mund, er hat das demokratisiert. Also er ist wirklich ein Enabler für dieses New Space. So, ich glaube, wir müssen nicht kritisieren. Wir müssen lernen und dann gucken, was hier in Europa wir machen wollen und nicht nur diskutieren, sondern einfach gehen und einfach machen und Technologie entwickeln. Also wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir haben gute Ingenieure. Es gibt auch viele europäische Ingenieure, die bei Elon Musk arbeiten. Also es gibt keine Gründe, warum wir das auch nicht schaffen. Aber dann müssen wir nicht kritisieren, sondern einfach lernen und dann auch Projekte haben. Sehr ambitionierte Projekte. Nicht nur Projekte, die sagen, okay, wir machen einen Teil oder einen kleinen oder einen. Also ich glaube, wenn wir nie so viele Ambitionen haben, dann ist es ganz sicher, dass, okay, wir werden etwas liefern, das nicht so ambitioniert ist. Also by definition. Aber wenn wir viel Ambitionen haben, vielleicht sind wir nicht komplett erfolgreich, aber den Weg und den Weg, den wir gemacht haben, ist, glaube ich, viel größer, als wenn wir mit kleinen Ambitionen haben. So, wir können super große Ambitionen haben und auch kleine Schritte machen. Das ist auch möglich. Aber manchmal, ich höre Leute, die sagen, okay, das ist nicht möglich oder das ist zu viel ambitioniert. Okay, dann können wir Schritt für Schritt. Aber ich glaube, wir müssen mehr und mehr Ambitionen haben und Elon Musk ist dafür ein Beispiel, weil er super ambitioniert ist. Er ist super ambitioniert und er hat auch sein Roadmap, also Schritt für Schritt gebaut. Sehr, sehr, sehr very, very consistent. Also es ist immer in der richtigen, mit dem richtigen, immer in dieselbe Richtung. Sehr konsequent. Und ja, können wir hier die Erfolge sehen. Ja, bin ich absolut bei dir. Es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob das irgendjemand gesagt hat, oder also diese Geschichte, überleg dir, was du tun möchtest in fünf Jahren und dann versuch es irgendwie in fünf Monaten zu erledigen. Du wirst scheitern, aber du wirst schneller sein als fünf Jahre. Und dann auch nicht sauer sein, dass es nicht in den fünf Monaten geklappt hat oder dass man bestimmte Sachen nicht erreicht hat. Man hat mehr erreicht, als wenn man sich nicht so viel vornimmt. Wir treffen uns hier virtuell in Zeiten, die super, super deprimierend sind. Ich habe am Wochenende ein Video gemacht, das hatte den Titel Die Zerstörung der ESA oder also ich hatte das Gefühl, dass mir die europäische Raumfahrt in den Fingern wie Sand kaputt gegangen ist mit der Situation, die wir gerade haben. Weil man muss sagen, Europa hatte mit Roskosmos einen starken Partner, also beziehungsweise sehr viele Sachen sind mit der russischen Raumfahrt in Kombination gelaufen. Das steht momentan alles auf dem Prüfstand, sage ich jetzt mal. Ich kann eigentlich gar keine Prognose machen, wie das sich weiterentwickelt. Und es ist sehr, sehr deprimierend. Und wir hoffen natürlich irgendwie alle, dass es bald einfach wieder Frieden in Europa gibt. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Aber könntest du dir vorstellen, dass die europäische Raumfahrt vielleicht trotzdem in Zukunft ein höheres Tempo hinlegt oder beziehungsweise vielleicht auch gelernt hat, dass sie selbstständiger sein muss und im Prinzip viel mehr selber machen muss? Ja, ich glaube, dass diese Krise, die sich am Moment sehr seriös und sehr stark ist, das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass wir in Europa, und ich wünsche, dass wir in Europa mehr Unity bringen und dass wir zusammen realisieren, dass es okay, wir müssen also mehr Ambitionen haben und wirklich etwas zusammen machen. Wenn wir in der Geschichte gucken, das hat sehr oft so gespielt, dass wenn es war Krieg oder so, dass wir haben plötzlich realisiert, okay, wir sind nicht so stark, als wir gedacht haben, oder wir brauchen mehr Unity. Und dann haben wir größere Projekte oder größere Ambitionen gehabt. Ich bin sehr optimistisch. Ich glaube, das kann am Ende des Jahres, wo wir dieses Miss Your Conference haben für die European Space Agency. Ich wünsche, dass, weil wir dieses, es gibt dieses jetzt Krieg mit Russland und Ukraine, dass wir sagen, okay, wir müssen wirklich sehr seriös über Raumfahrt zusammen sein und dass wir müssen wirklich auf die gute Geschwindigkeit und mit der guten Technologie im Raumfahrt sein, sodass es gerne auch eine Chance für Europa stärker zu sein und zu werden, ja. Und ich glaube auch, dass Raumfahrt war immer auch ein Ort, und nochmal Entschuldigung für mein Deutsch, aber dann ein Ort für Kooperation. So ist ganz klar, dass am Moment, es ist besonders schwierig und es ist noch nicht der gute Zeitpunkt. Aber ich wünsche, dass in den kommenden Monaten, also wie auf dem See, auf dem Meer, also jemanden, der ein Problem hat, man muss dieser Person helfen. Und es ist auch dieselbe Solidarität zwischen Astronoten zum Beispiel. Und also mal gucken, wie das entwickelt. Aber ich hoffe, dass ein Teil von der Raumfahrt kann auch mit Kooperation bleiben. Und desto mehr wir in Europa Kredibilität haben, also je mehr eine Rolle wir spielen können, sodass Raumfahrt, das wird auf jeden Fall ein, Raumfahrt ist schon ein Kriegland, das ist ganz klar, aber das kann auch ein kooperatives Land sein. Und ich glaube, es ist desto mehr wichtig, dass wir zeigen, dass es beide Möglichkeiten gibt. Ja, hoffe ich auch, bin ich voll bei dir. Wenn wir das mal alles ausblenden, was jetzt gerade in den letzten, wir reden von einer Woche, das ist halt auch völlig verrückt, aber wenn wir das mal ausblenden, deine optimistischsten Prognosen, wo ist die Raumfahrt in zehn Jahren? Und ja. Ja, so in zehn Jahren, also in general oder für Europa? Vielleicht generell und dann unsere Rolle als Europäer in dieser Zukunft. Ja, also ich glaube, es wird viele Launcher sein, also die sehr günstig, alles reusable, auch für Mehrheit von diesen Launcher, große Launcher, also wir sehen das ganz klar, Micro-Launcher, denn Schritt für Schritt entwickeln sich ins größere Launcher. Micro-Launcher ist ein Weg zu lernen und ein großer Launcher ist ein Weg, ein Business zu haben. Reusability, also und auch im Bereich Space, Space Transportation, reusable Raumfahrzeug, refuelable, Tankstations auf der Erde, Tankstation rund am Mund und möglicherweise vier, fünf Raumfahrstation rund der Erde. So, das ist für den generalen Landscape sozusagen. Ich werde nicht über militärisches Raumfahrt sprechen, aber hier wird auch viele, viele entwickelt und ich hoffe, dass wir kommen nicht in einen Status, wo, ja, das ist wirklich, das kommt zu, okay, also ich hoffe, der Status wird stable sein. Debris, ich glaube, wir werden eine Lösung gefunden haben, also wir werden ein gerecht haben, auch eine Lösung gefunden haben, um Debris removal zu machen. Das kommt auch mit dieses Defense, also die beiden Technologien sind super verbunden, wenn man ein Debris removal machen kann, das man kann auch ein anderer Threat removal, das ist ganz einfach. Und dann für Europa, also ich wünsche uns, dass wir eine ganze Reusable Capacity haben, also Launcher und auch Raumfahrzeug. Ich wünsche uns, dass wir ein europäisches Space Station haben, ich glaube, das ist super wichtig, der geöffnet ist für andere Länder, die dieselben Wert als Demokratie als uns haben und zehn Jahre vielleicht noch nicht Männer auf dem Mund, also das werden wir auf jeden Fall machen mit den Armenikern, aber mit unserem europäischen Raumfahrzeug ist es ein bisschen ambitioniert in zehn Jahren, aber zehn Jahre, das können wir auch, ich glaube und ich wünsche, die erste europäische Astronaut in der europäischen Station fliegen und das hat zu tun mit diesem ganzen neuen Raumfahrt-Exploration-Dynamism, die am Moment ist. Das ist nicht nur für das Symbol, das ist auch für diese ganze Technologie, die damit entwickelt ist. Ja, so das ist, das ist ein positives Szenario für Europa und wir brauchen noch ein bisschen Unity und Mut und Ambition, aber Geld normalerweise haben wir schon und Kompetenz haben wir. Und soweit ich das verstanden habe, The Exploration Company zielt auch nicht darauf ab, auf einen bestimmten Launcher, sondern im Prinzip, ihr wollt auch ein Geschäftsmodell für viele Launcher bilden, das heißt, dass ihr auf unterschiedlichen Trägern auch gestartet werden könntet. Ja, ja, ja. Wir sind Launcher-Agnostik. Und ja, also ich, Elen, ich freue mich super, dass du dir die Zeit genommen hast und von The Exploration Company, aber auch von New Space Credits und von diesen Geschäftsmodellen, die uns mit Sicherheit erwarten werden und auch mit diesem optimistischen Ausblick wir das Gespräch beenden können. Und ich hoffe, den Zuschauern hat das gefallen. Ich werde den Vortrag von Elen auf dem Space Summit in Toulouse verlinken. Guckt euch den unbedingt an. Der hat mich sehr inspiriert. Das war wirklich, da ist mir das Herz aufgegangen, weil ich gedacht habe, das brauchen wir und das wünsche ich mir. Raumfahrt kann so sehr begeistern und desto mehr Leute sich für das Thema interessieren, umso besser. Viele von deinen Einschätzungen teile ich oder sie haben mir auch meinen Horizont erweitert. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig, was du sagst, dass wir als Europäer mit unseren Werten und unseren Wertvorstellungen in den Weltraum aufbrechen und da auch mit dabei sind. Weil ein Punkt, den du in dem Vortrag auch gesagt hast, ist, dass wir für unsere Kinder in den Weltraum gehen und diesen Schritt machen, dass wir als Menschheit den Planeten verlassen und da rausgehen und schauen, was da ist und lernen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die europäischen Werte da eine große Rolle drin spielen. Und ich freue mich sehr, was ihr mit The Exploration Company angeht. Und ich werde das auf jeden Fall unterstützen und haltet mich gerne auf dem Laufenden. Ich werde es auf jeden Fall auch auf dem Laufenden haben und ich werde auch meinen Zuschauern empfehlen, dass man gucken sollte, was ihr da vorhabt und wie es bei euch weitergeht. Und ja, ich freue mich, dass auch in so dunklen Zeiten wir hier ein bisschen einen positiven Ausblick auf die Raumfahrt nehmen können. Ich hoffe, euch Zuschauern hat es gefallen. Vielen, vielen Dank an Elen und ich würde sagen, immer schön senkrecht bleiben und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.